Ja, Fahrrad... Ok, ich soll mich bereit machen wieder... Mach dich bereit? Hey... Och komm schon... Alter, Maus? Letzte Chance Man fühlt sich hier bekloppt, Maus rumdrehen, Tasten drücken, nur damit ich ein bestes Fahrrad bekomme Okay Hier rum Boah, noch Glück gehabt mit der letzten Chance, Arbeitslehre 3 geschafft, nice Das gibt's Fettes Bike Tempo auf jeden Fall gut Ich glaube, das kennen wir auch, das Bike, das hatten wir schon mal eben gehabt Ich glaube, beim Lola's Rennen So, jetzt haben wir noch eine Stunde, aber ich würde sagen Wir versuchen mal die Quest mit den Fotos nochmal zu machen, oder? Ja, komm Auch wenn die Zeit um ist Ich lass mich mal kurz, Moment, in Ruhe Dann versuchen wir das wenigstens und dann haben wir vielleicht auch hinter uns Das ist ja nix so das Wilde, aber Ernest will auf jeden Fall die Fotos für sich Sieht man dem noch an Sieht man dem alten Lurch doch an Hier kommen Paparazzi Oh, Hopkins, gut zu sehen, mach es schnell, Ernest Mach es schnell, Ernest Mach es schnell, Ernest Ich hab' den englischen Fotos, hat er doch gesagt Ich dachte, jetzt passiert immer irgendwas Ich kann die halt auch ärgern, aber dann muss ich die Quest wieder neu betreten, da hab' ich auch keinen Bock drauf So Einfach hier rein So Das haben wir I like you, Jimmy, aber ich mag euch nicht Ich mag gar keinen von euch, ich will die Schule an mir reißen Die Schule Alter, was hat der gemacht? Ach was, das ist Wasser, man, da war ein Gummiband drin, okay Hat der gerade da hingepinkelt? Jetzt sollen wir ein Foto da irgendwie in der Dusche, glaube ich, machen, gehen nicht zu nah ran Aber war jetzt auch egal Pech gehabt Sollte ich, glaube ich, auch schnell jetzt fortanen kriegen Weil die alte Lehrerin dann nicht mal so weiter rumläuft Guck mal, die treffen sich auch immer daheimlich Und ich darf da nicht rein, oder was? Du gehst ja gleich wieder rein Seh ich dir an Ein Friesbee So, hier ging's doch hoch Ich will mal einen Moment schneller Hey, reiner mit dir So, unerlaubt ist betreten, ist mir klar Ja, jetzt haben wir Uh, fast in die Arme der alten reingelaufen Zack Jetzt gibt's denn die Dekiss Ja, du finischt your homework Ich würde ja jetzt weiter gehen, aber da ich weiß, dass sie jetzt gleich auch ins Bad geht Warte ich einen Moment Gerade auf jeden Fall bist du wieder den kompletten Rückweg anstattet Na, du gehst dann ins Bad, Alter, ne? Ja Na komm, verschwinde Komm, verschwinde, Alter, geh runter Wie hat sie mich jetzt nicht gesehen? Verwunderlich hoch drei So, jetzt bringe ich noch die Fotos zu Ernest Da beeilte ich mich jetzt ganz schnell und dann kann ich mich auch den Unterricht noch irgendwie verfolgen Ich versuche es einfach Wäre vielleicht machbar Das draußen sieht auch ein bisschen komisch aus, aber egal Komm, geh runter Ja, ich weiß Schwänzen, das ist auch noch Innenunterricht Ich versuche einfach mein möglichstes Alter, was Nein, Schwänzen ist so groß Ich versuche jetzt einfach den schnellsten Ausweg hier zu machen So Ich muss mich direkt runter Hey, komm mal Die anderen Die sind hier so fröhlich draußen Die dürfen das natürlich Aber ich hier Darf ich wieder nicht schwänzen, oder was? Jetzt läuft dem gleich voll in die Arme Geh weg Ach, hau ab Komm, Ernest Ich habe ein paar schöne Bilder für dich Oh, ho, 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 ho Ich kann nicht erwarten, sie zu sehen Ich bin ein avider Student der Anatomie, du kennst Oh, ho, 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 ho Na komm schon Ja, ja, fünf Prozent Bla, bla, bla Ich will noch in den Unterricht versuchen einzukommen Zur Not muss ich mich erwischen lassen, aber ich glaube, ich schaff das auch so Es muss ein Innenunterricht Ja, ist ein Innenunterricht Boah, irgendwas Einfaches Nein, 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 nein Nicht Ach, der geht bis drei Uhr? Was haben wir, was haben wir, was haben wir Irgendwas oben Musik Mathe Ciao Kunst Oder Fotografie Was war das, verdammt Fotografie, vier Uaaah Ich schaute über deine letzte Anzeigungen, und einige von euch haben reale Talent und es war wirklich ein Geheimnis Mache Okay Okay Voraus Durch die Stadt bis hinten rum Okay Das kriegen wir hin Was ist passiert? Ich brauche eine Erklärung So, tschau Durch die Stadt, wo müssen wir denn als erstes? Wir gehen am besten rechts rum Na, wir haben auch wieder kein Fahrrad Tut mir leid, Algier Aber ich brauche es doch Für meine Quest Hm Auch wenn wir, glaube ich, genug Zeit hätten Selbst, dass wir in der Stadt Na ja, das hätte auf jeden Fall bestimmt auch gereicht So Wir müssen bis hinten raus So Jetzt wieder durchtrampeln hier Und das eine können wir vielleicht auch nur unterhalb erreichen So Jetzt noch absteigen Jetzt vom Damm Ist das eine neue Kamera? Das sieht aus wie eine neue Kamera Die er da bekommen hat So, können wir irgendwie einen anderen Weg nehmen? Hm Ich glaube, da wäre es schnell rum Ach man, geht doch mal weg Wenn wir einfach wieder hier rum fahren Da geht es auf jeden Fall schneller Dann müssen wir nicht so einen komischen Beschissenen Weg fahren Wenn wir einfach hier lang fahren Dann geht das doch, glaube ich, effektiv schneller Ich weiß gar nicht, was da hinten war Achso, das ist auch noch hier so ein Gebäude Ja, wir sind aber zumindest hier hinter Ne? Ah, guck mal, wir sind Äh Wir sind aber anscheinend richtig Nein, 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 nein Ich weiß gar nicht mehr die andere Taste Fotografier die Kirche Achso, die Kirche Hätte ich auch von vorne fotografieren können So, jetzt müssen wir in Richtung Jahrmarkt Wobei wir den, glaube ich, auch fotografieren müssen Anscheinend ja Und irgendwie die Strandhütte, den Pier oder sowas Ah, wir haben immer noch massig Zeit Das hätten wir auch ein schnell Laufen schaffen können Scheint das so, auf jeden Fall Egal, Fotografie Die gehen wir jetzt am schnellsten vor Wir fahren links rum Ja Und dann versuchen wir irgendwelche Wege zu kriegen Die jetzt Schleichwege sind Vielleicht ist das den Schleichweg Jetzt hoffen So, das könnte ich, glaube ich, eine schöne Abkürzung gewesen sein Doch Wir fahren hier weiter den Weg Und dann gleich hier vorne Ja 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 Ja